ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Was war jetzt der Grund? Ich weiß es nicht Scheiße Wir haben ja Zeit Ne Ne Ja Hammer Ich würde es immer so geil wie elegant der da rauf springt Und dann wieder runter segelt Bitte nicht sterben Das wäre so schlimm Ich mich einfach dann nicht springen Ist ja nicht so Das ist nicht funktionierend, ich springe einfach nicht So Ne Ne Wieso, warte mal, jetzt will ich mal tryharden Okay Bitte verkrackst du jetzt, das tut mir jetzt schon Weh Geiler tryhard Ja so wie ein lol halt Tryharden, wenn wir tryharden In lol Das ist auch ungefähr sowas Ja 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 Für Optimaler Qualität Über Me Geht nicht Einflug zu hoch Das war dran zu schwer Ja 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 Bossfight Ja Bossfight machen wir noch Na klar Auf den kann ich mich noch erwähnen oder? Warte mal Ne Ich weiß was es ist, ich glaube es ist Ich weiß was es ist, ja Ach ne D D Oh Hülle etwas alles klar er springt unterschiedlich nein ist mir egal Junge da drüben ist das mag ich auch jetzt gar nicht Gibt's da auch ein Crate A+. Ich glaub was. Ja, gibt's. Wieso spring ich nicht? Wieso spring ich nicht? Da gibt's ein Crate A+. Kann der mal sich entscheiden, wo er ist. Irgendwie finde ich, sind das Fisch süß. Spring. Ja, drüber. Na toll, da drüben ist der Schlüssel. Alles klar. Was ist der Schlüssel denn da mit dir irgendwie? Unseren Lieben ist über mich voll. Ja, fuck. Du musst es gleich machen. Dann weißt du, wo er kommt. Fuck. Hört so ein Mini-Sprung. Mann, ist echt nicht leid. Leid. Hör. 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 Du würdest einfach wieder nach rechts gehen müssen. Hör. 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 wird Menschen die Möglichkeit zu sagen das Ding ist halt da hat es gemacht ja was um ähm, der Neff ist irgendwas mit dem Ding ist, ja? äh, hab ich vergessen FUCK wäre jetzt nicht da hingekommen genau, es stört nämlich, dass es nämlich so ruckelt verstehst du, wenn es das wieso? naja, weil man sieht halt nicht mehr so ganz genauer wo es lang geht dem Leben das war die Wehung sofort nach links also rechts ist der Schlüssel also rechts ist der Schlüssel der wäre jetzt nämlich gleich offen wieder von rechts gekommen, wenn es natürlich ist okay das Gute ist jetzt da, der kann man so lange warten wie man kriegt zum Glück da Leute, da drüben ist noch einer ja, das war's ja, aber jetzt müssen wir sicher noch besiegen, oder? hä, das waren wir aber nicht so schnell leh, das ist schwer ja, das war's was anderes oh, das war ein Viech ja, ich glaub ich glaub, das war so, kleine Patzen sein Bruder aber er überlebt da ist ein glücklicher kleiner Patzen da ist ein glücklicher kleiner Patzen das war's das war's das war's ich glaub, der hat nämlich geklappt, weil Meat Boy ist ja auch aus Fleisch das ist nicht so was wie sein Vater da ist jetzt da ist jetzt das Art Factory ähm, geh nochmal rauf rauf und dann jetzt mit 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 aber ich glaub, wir haben die Dunkelwelt, die werden wir das nächste Mal herausfordern yo, dasAny 49 yo, das wird sich das noch mit dasFeNumHazacort actikkuski i have just happened einfach so richtig krass drauf fühlt sich Gott hält so hin zu Italy so fühlt sich er immer da jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa xd